Hallo zusammen, mein Name ist Michelle Krebs. Ich bin lehrende Restaurationsfachfrau. Ihr seid eine Vita-Residenz Moutegut in Muri. Und ich zeige euch heute meinen Berufsalltag. Kommt doch mit! Bei uns ist speziell, dass wir eine Senior-Residenz sind. Dass wir Bewohner haben, die jeden Tag noch essen kommen. Wir bieten Ruhungs-Service an und Bankett. Und dazu haben wir noch ein Alacarte-Restaurant, das öffentlich ist. Das macht die Lehre hier sehr abwechslungsreich. Wichtig ist natürlich auch der Umgang mit den Eltern. Und es ist zusätzlich lebensschulig hier zu arbeiten. Meine Lehre habe ich aus diesem Grund heraus gelesen, weil ich sehr viele Menschenkontakte habe. Dazu muss man natürlich auch flexibel und belastbar sein. Gerade wegen der Arbeitszeiten, die ziemlich regelmässig sein können. Nach der Lehre haben wir ein grosses Wissen über Speisen, über die ganze Küche, Wasser und Betriebswirtschaft. Und anschliessend haben wir viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Das war jetzt ein kleiner Einblick in mein Berufsleben. Ich hoffe es hat euch gefallen. Verwerbt euch auch eine Restaurationsfachfrau oder Fachmann bei uns. Tschüss zusammen!